Musik Das war heute der Startschuss meiner Stadtteiltour Karlsruhe Ideenschmiede. Wir haben heute begonnen in dem alterötigen Gasthaus Ritter in Mühlburg und eingeladen waren Bürgerinnen und Bürger aus Mühlburg und aus Knielingen und ich habe unwahrscheinlich viele interessante Dinge erfahren, Probleme in den Stadtteilen, aber auch Dinge, die positiv geändert werden können. Ich muss sagen, es war für mich ein unwahrscheinlich informativer Abend und viele Dinge, viele Anregungen werde ich sicher in mein Wahlprogramm übernehmen können. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem guten Besuch. Es waren fast 50 Bürgerinnen und Bürger hier im Gasthaus Ritter und wie gesagt, eine unwahrscheinlich lebhafte Diskussion hat allen Spaß gemacht und der OB-Kandidat Wilhelm heute hat viele Informationen bekommen. Musik 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 Musik